Schnell reagieren, Folgeschäden vermeiden und die Wasserversorgung garantieren. In der Stadt Salzburg werden aktuell Geräuschpegelmesser im Trinkwassernetz eingebaut. Wasseraustritte auf Trinkwasserleitungen verursachen Geräusche. Und genau diese Geräusche versuchen wir aufzuspüren und die Leckagen zu beheben. Zu diesem Zweck verwenden wir Geräuschpegelmessgeräte. Diese bestehen aus einem hochempfindlichen Mikrofon und einer Elektronikeinheit. Während den Nachtstunden, zur Zeit der geringsten Umgebungsgeräusche, zeichnen diese Geräte die Lautstärke am Netz auf und übermitteln die Daten einmal täglich an einen zentralen Server. Die Datenübermittlung geschieht im Salzburger G-Lorawan-Funknetzwerk und erfolgt dermaßen energiesparend, dass diese winzige Batteriengeräten über viele Jahre die Funkübertragung und die Geräte versorgen kann. Sobald eine Geräuschveränderung entdeckt wird, machen sich die Expertinnen und Experten auf den Weg und behebenden Schaden. Das Einbauen dieser Geräte im Vorhinein ist kinderleicht. Die Geräte werden an Absperrarmaturen, an Straßenschiebern über das metallische Gestänge befestigt und haben dort einen guten Kontakt zu der Wasserleitung, um die Austrittsgeräusche bestmöglich aufzuzeichnen. Die Anzahl der Geräte wird im Endbausbau bei etwa 500 Geräten liegen, die das gesamte Wasserversorgungsnetz im Stadtgebiet abdecken. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.salzburg-ag.at